Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Öni hier und herzlich willkommen zum 29. Call of Duty Black Ops 3 Online. Let's play! Ja, meine lieben Freunde, heute geht's endlich weiter mit Call of Duty. Ich bin hier wieder mit dem Account von Dirtchim drin. Schöne Grüße gehen raus an den Jungen. Ich werde mir auf jeden Fall in den kommenden Tagen das neue Map-Pack zusammen mit dem alten holen. Und dann können wir das Ganze endlich mal auf meinem Account zocken. Und das ein oder andere Mal werde ich da auch den Zombie-Modus antesten. Eventuell mit ein paar von euch oder mit ein paar Kollegen. Ich muss da auch noch schauen, weil da kommt ja auf jeden Fall noch eine neue Zombie-Map raus. Und die alten haben wir ja noch gar nicht. Let's play! Das kam ja noch gar nicht auf dem Kanal hier in Zombie-Let's Play Online. Das war ja auch in der Abstimmung auf Platz 2 gewesen. Und deswegen wollte ich das auch ab und zu mal bringen. Und ja, was ich aber noch wichtig finde zu wissen, ist nämlich, was ihr für Klassenvorschläge für mich habt. Ihr sollt mir mal am besten eure Klassenvorschläge in die Kommentare reinschreiben, weil ihr wisst ja, ich bin nicht so der Beste mit den Klassen hier. Die Klassen habe ich jetzt einfach mal gemacht und ich weiß nicht, was man da immer reinpackt. Aber für mich sind auf jeden Fall wichtig, schneller Griff, schnelles Zielen, das ist auf jeden Fall für mich richtig wichtig. Weil ich finde, wenn man schneller Zielen nicht drin hat, ist das voll komisch irgendwie für mich. Keine Ahnung. Also die zwei Sachen will ich auf jeden Fall drin haben, dann weiß ich nicht. Magazinerweiterung, Schnellfeuer, was noch so wichtig ist für eine Waffe. Aber auf jeden Fall haben viele geschrieben, dass ich mal die M8A7 zusammen mit der KN mit Schnellfeuer zocken soll. Das will ich heute einfach mal machen. Und wir gucken einfach mal, was wir heute auf dem Map-Pack so erreichen werden. Ich werde natürlich mein Bestes wieder geben. Letztes Mal war es okay, aber es muss noch wieder besser werden. Der Öni muss wieder reinkommen und ich versuche, mein Bestes zu haben. Schaffen wir das. Los geht's! So, Freunde, und da haben wir auch schon direkt unser erstes Spiel gefunden auf der Map. Skyjack. Mal gucken, was heute hier so abgeht wird. Zack, zwei. Ah, scheiße, wenn ich mal... Ach, du Scheiße, so waren da viele. Fuck, man. Ja, auf jeden Fall bin ich richtig gehypt auf das neue Map-Pack. Ihr sicherlich auch. Ich fand dieses schon richtig geil hier mit Skyjack. Unter anderem bei der anderen DLC soll ja unter anderem auch hier Dings dabei sein. Wie ist die Map? Irgendwie ist irgendwas in so einem Terminal, so einem Flughafen. Oh, Alter, alle drei waren da, Mann. Habe ich hier gerade alle gewusst? Ah! Oh, Shit, hätte ich den noch bekommen, wäre richtig geil gewesen. Schade, schade, schade. Aber die Map scheint auf jeden Fall hier heute, der kann scheinbar was zu gehen. Der Öni ist ja gut drauf. Und das werden wir jetzt auch zusammen meistern hier. Ich zeige euch das mal. So, wir machen jetzt erstmal hier, rennen wir mal rüber zu den Gegnern. Da chillt schon der eine oder andere. Ne, noch nicht. Aber da drüben, 100 Prozent, die kommen jetzt hier irgendwo her. Ja, da, 100 Prozent da aus dem Haus. Jetzt, 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 jetzt. Wir überrennen sie. Wir überrennen sie. Komm schon, yalla. Ah, wo sind die denn? Warte, bestimmt da hinten, 100 Prozent. Die verstecken sich meistens hier. Ich kenne die Leute. Hä, kannst du mir mal sagen, wo die sind? Die werden irgendwo woanders gespawnt jetzt hier. Ja, mit den Spawnpunkten weiß ich noch nicht so Bescheid. Ja, klar. Du denkst auch, der kann da oben chillen, alle töten. Jetzt haben wir einfach alle drei Punkte erobert. Oh, ne, die haben jetzt, glaube ich, C. Ja, müssen wir nochmal rüberrennen zu denen. Also, aber heute scheint ein bisschen gut drauf zu sein. Ich hoffe es einfach mal. Ah, da war einer neben mir. Ach du Scheiße, leg dich hin, du Rille-Peter. Ei, ei, ei. Schön ein bisschen im Solarium. Zeig dich, zeig dich, du Pisser. Ei, 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 ei. Diese Präzision, Leute. Shit. Egal, weiter geht's. Wenn ich weiter geht's. Oh, die sind schon beide direkt tot, Alter. Unser Team ist auf jeden Fall gut am Abgehen, ey. Das muss man sagen. Ich bin auf jeden Fall in einem guten Team. Das freut mich. Zack, weiter, weiter, weiter. Ah. Oh, hab ich die noch bekommen, Alter, mit Messer. Ah, fuck, da war noch einer gewesen. Hab ich nicht gesehen, ey. Egal. Es läuft doch, Leute. Es läuft. Also, mit Schnellfeuer ist die KN ja mal richtig geil, Mann. Das war auf jeden Fall ein guter Tipp von euch. Die ballert ja richtig drauf. Die fetzt drauf, Mann. Die wichst die weg. Das ist eine Wichswaffe geworden, Alter. Die spritzt gut ab, Alter. So muss es sein. 11-4, nicht schlecht. Wir haben nichtmals die Hälfte erreicht. Es sind schon 7 Kills im Plus. Das muss weiter fortgesetzt werden, Leute. Warte, zack. Ja, klar, ey. Guck mal, wofür hat man Teamkameraden? Damit die sich mir in den Weg stellen. Oder was habt ihr das gerade gesehen? Ey, da könnte ich wieder ausrasten, Mann. Ich muss mal eine Folge lang ruhig bleiben, um mich einfach nur versuchen zu konzentrieren, Alter. Und dann, denke ich, kann ich noch ein paar gute Runden reißen. Weil ich bin eigentlich in keinem Spiel so wirklich schlecht. Weshalb will ich mir auch ein bisschen was zeigen, ja. Da oben war einer. Oh, shit. Komm, ich hab einfach mal B alleine eingenommen. Perfekt, da. Boah, ey, wie viel... Wie viel hat der Pisser gerade geschluckt? Habt ihr das gesehen? Sehr unnormal viel geschluckt da oben. Ei, ei, ei. Zack, hab ich, hab ich. Oh, wir haben die Sense, Alter. Packer mal aus, die Sense. Ich darf jetzt keine Drohne machen oder so. Ey. Shit. Nein, Alter. Das war ja gerade mal so schlecht gewesen, ey. Shit. Mann, wie konnte ich denn dafür kacken, ey? Ich bin ein bisschen abgerutscht, Mann. Ich brauche unbedingt mal einen Scaf-Controller. Aber mir sind die ganzen Nippel schon abgelutscht, Alter. Die sind richtig gelutscht. Daran wurde richtig gezogen, gesaugt, alles. Ey. Guck mal, wieder null Taktik, Mann. Jetzt fängt's wieder los. Jetzt fängt's wieder an. Das kann nicht sein. Komm, ein bisschen konzentrierter, dann klappt das auch. Guck mal, da sind zwei Stück. Hey, jetzt sind die wieder alle weg. Super, wird mir vor der Nase geklaut. Ey. Wo stecken die denn jetzt alle, Mann? Ja, klar. Von... Wo kam der denn jetzt auf einmal her? Ja, hier sind doch... Ah, nee, da ist einer von uns. Da sind zwei. Ey, wo kam der jetzt her? Keine Ahnung, was hier da braucht. Ich hab wieder so eine Brenngranate geworfen. 16,8. Komm, ich will auf jeden Fall in der ersten Runde, in der ersten Halbzeit hier schon mal 10 Plus-Skills haben. Da können wir eine zweite nachlegen und 20 machen. Das kriegen wir hin, Leute. Das kriegen wir hin. Zack, weiter, weiter. Und... Ey, ich will nicht mehr Feel-No-Hand genannt werden, Alter. Dieser Name, der gefällt mir überhaupt nicht. Und deshalb muss ich heute das Gegenteil beweisen, ey. Diese Namen, Alter. Feel-No-Hand. Meinten ein paar Leute. Bring mal ein T-Shirt raus mit Feel-No-Hand. Ey, shit. Wo kommen die Schüsse her? Ja, da oben ist der scheiß Camper, Mann. Ihr wolltet ja auch mal, dass ich die Kuda unter anderem nehme. Die werde ich gleich auch mal nehmen. Ich hab auch eine Klasse mit der Waffe gemacht. Schillen wir auch mal hier oben. So. Komm, zeig dich. Hab ich beide gebumst, Alter. Die KN ist schon eine richtig geile Waffe. Das muss man einfach mal so gesagt haben. Shit. Ach, okay, okay. Haben die schon, haben die schon. Oh, hab ich dem den Kill geklaut. Vor der Nase dem auch. So, jetzt haben wir da eine Drohne. Kommen wir mal raus. Drohne, komm schon mal raus hier. Da im Haus ein Welcher. Wo ist der hin? Ach, okay. Der kommt da jetzt. Ah, hat er getötet. Super. Eieiei. Letzten Moment gerettet hier. Ah, fuck. Egal. 22, 10. Erste Runde. Weiter geht's, Mann. Zweite Runde. Wir gehen ab. So, Round number two. So, wenn wir jetzt einmal sterben, Leute, werde ich auf jeden Fall mal eine andere Waffe nehmen. Entweder die Kuh da. Ich schau einfach mal, was sich so ergibt spontan. Jetzt ist mir die Frage, wer zuerst springt, Alter. Wer zuerst springt, der wird meistens in den Arsch genommen. Aber jetzt überrasche ich die mal alle. Ah. Da ist, da war da einer, ne? Siehst du? Zwei sogar. Ah, hinter mir war auch einer. Eieiei. Oh, shit, Alter. Wir haben Hellstorm. Hellstorm. Leute, den muss ich auf jeden Fall zum Einsatz bringen. Vielleicht schaffen wir ja die Raps. Die Raps. Warte mal, da oben. Hier sind irgendwo welche. Guck. Ja, man hat... Was? Ey, was war das denn jetzt? Wovon wurde ich denn jetzt getötet? Ja, kannst du mir mal sagen, wo die alle sind? Hä? Warum sieht man denn einfach keinen hier, Leute? Ach, du Scheiße. Ja, manchmal scheint Hellstorm einfach gar nichts zu bringen. Klar, von hinten, Alter. Komm, der wird jetzt so bumsen, Alter. Wo ist er? Ah, der wurde schon getötet, ey. Arschloch. Geil, 25, 12 ist okay. Komm, heute mal 20 plus Skills, Alter. Dann nenne ich die Folge Ödi is back. 20 plus Skills bin ich eigentlich immer mit zufrieden. Aber 10 ist immer so ein Mittelding. Da kann man sich nicht wirklich drüber freuen. Ey, jetzt reicht's okay. Komm, wir nehmen jetzt mal die Kuda nach dem Tod hier. Komm, aber ich muss wirklich sagen, danke für euren Tipp hier, weil... Oh, ne. Jetzt kommt mal so eine scheiß Sprenglade. Das, äh... Mit Schnellfeuer ist die Waffe auf jeden Fall richtig geil gemacht. Ja, klar, das sind alles Hurensöhne, Hurensöhne. Was für Hurensöhne. Was anderes kann ich zu denen nicht sagen, Alter. Was für Bastarde. Guck mal, wie oft ich jetzt wieder hintereinander gekillt wurde. Dreimal oder so. Ey, das ist echt nicht wahr, Mann, Alter. Ich reg mich gleich wieder auf. Egal, ich komm wieder zurück. Ich feier jetzt mein Comeback. Wir müssen ein bisschen taktischer vorgehen. Nicht mal mit dem Kopf durch die Wand, ey. So, da war einer. Ey, komm. Das sind Hurensöhne. Hurensöhne. Ey, was soll ich denn noch sagen zu diesen Missgeburten, Alter? Das hat so schön angefangen und dann sowas, Mann. Ohne Witz, ey. Also das geht echt nicht. Da kannst du mir mal sagen, wo die alle sind. Hier. Klar. Ey, gleich hab ich wieder keinen Bock mehr, Alter. Komm, hab ich, hab ich. Weiter. Weiter, weiter, weiter. Alter, ey. Wieder geklaut, Alter. AC ist da oben und ich renne hier unten rum. Komm, komm, nimm mal AC ein hier. Schön, schön, schön. Komm, Drohne. Ah, es war einer von uns. Ey, die Kuda gefällt mir, Alter. Die gefällt mir. Ey. Wie schön wendig, die Waffe. Fuck, Mann. Hier sind noch irgendwo welche. Oh, shit. Da. Hab ich. So, komm. Weiter, weiter, weiter. Wir haben die Sense, Alter. Die haue ich aber erst gleich raus. Alter, die gefällt mir richtig, die Kuda. Die Kuda geht ab. Wir haben Hellstorm. Hellstorm, Leute. Schnell, Hellstorm. Komm, 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 Alter. Ein, zwei muss ich kriegen. Ah, komm. Da riecht. Ja, immerhin zwei ist okay. Komm, jetzt vielleicht noch die Reps. Die Reps. Die Reps. Die Kuda gefällt mir echt, Mann. Die ist cool, die Waffe. Da wird irgendwas von uns dahinten. Da ist doch einer. Nein. Nicht von hinten, Alter. Nicht von hinten. Hier im Haus. Hab ich. Alter, was geht hier ab? Komm, nur noch das einnehmen. Dann haben wir links. Reps. Reps Landesschiffe, Leute. Komm. Alter, was ein Comeback, Alter. Alles wegen der Kuda. Ich schwöre es euch. Ohne die Kuda wäre das niemals so gewesen, Alter. Und die Kuh, die chillt auch da. Hammer, Leben. Boah, obwohl am Kämpfen war, hab ich den genommen. Leute, was ein Comeback, Mann. Was ein Comeback. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, ey. Nichts viel No Hand. Oh, fuck. Weiter, 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 weiter. Ich hab jetzt grad diesen Rausch, Mann. Oh, shit. Okay, da waren jetzt zu viele, ey. Scheiße, ich hab da jetzt mal die Sense gehabt. Ja, wir nehmen jetzt einfach mal die Sense. Mal gucken, was unsere Reps-Dinger noch erreichen werden. Komm, komm, komm. Da war einer. Da war doch noch einer. Shit. Da. Hab ich. Hab ich auch. Hä, wo sind die? Wie Kommando Ende. Weiter, weiter, weiter. Komm, komm, weiter. Es geht weiter, Leute. Da war auch einer. Ah. Alter, was hat der Pistar? Ey. Nein, jetzt konnte ich mich nicht entscheiden, Alter. Dieser Pistar hatte diesen scheiß Anzug angehabt. Diesen Tarnanzug von Harry Potter. Da ist ein Potter oder? Da oben ist auch wieder irgendwas am Chillen, ich glaub. Ich glaub, das ist so ein scheiß Ding, ne? Ey, meine Reifen müssen ein bisschen mehr Kills machen hier. Alter, die Waffe gefällt mir so gut, Leute. Ich glaub, ich hab eine neue Lieblingswaffe gefunden. Mit der sind wir heute richtig abgegangen, Mann. Ich find, die Waffe ist echt top. Komm, ein bisschen Headblitchen hier. Weiter, weiter, weiter. C schön einnehmen, Leute. Wir müssen das Spiel gewinnen, Alter. Wir sind am Führen. Wir sind richtig gut am Führen. Und heute rege ich mich auch kaum auf. Merkt ihr das? Aber heute ist einfach mal die Runde nicht schlecht von mir. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Ah, konnte ich mich da nicht entscheiden. Oh, das war stark. Okay, der hat mich gebumst. Okay, der hat mich gebumst, ey. Shit. Oh, Junge. Wir haben eine richtig kranke Runde, Leute. Wer das gerade gesehen hat, der hat gesehen, dass wir eine geile Runde am Start haben gerade. Komm, weiter, weiter. Bis zum bitteren Ende. Bis zum Ende, Leute. Ich frag da hinten dann welche. Neben mir war da gerade auch einer. Komm, da sind jetzt alle. Ah, der scheiß Headglitcher, Alter. Scheiß Headglitcher. Dein scheiß Erbsenkopf, Alter. Den trete ich gleich weg. Ja, wir haben Hater. Das bringt jetzt auch nicht mehr viel in letzter Sekunde. Egal, wir sind am Verbrennen. Komm, komm. Jetzt nochmal einfach. Jetzt können wir mit dem Kopf durch die Wand gehen, Alter. Weil es sind eh nur noch drei Punkte, bis wir gewonnen haben. Ein Punkt, ein Punkt. Komm schon, komm schon, komm schon. Leute, Leute. Wo, wo, wo? Ah, Leute. Egal. 47, 20, Leute. 27 plus geht's. Und da kann man den Titel schreiben. Öni is back, Alter. Mit der Kuda. Da muss ich sagen. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Mit der Kuda habe ich auf jeden Fall nicht schlecht gespielt. Die ist echt eine kranke Waffe, Alter. Das muss man einfach sagen, ey. Womit habe ich die nochmal gespielt? Ja, ich glaube mit Schnellfeuer. Die war auf jeden Fall cool, so die Klasse. Die kann ich auf jeden Fall mal nächstes auch mal auch benutzen. Und schreibt mir, wie gesagt, eure Klassen und Vorschläge in die Kommentare rein, was ihr so von mir sehen wollt für Waffen und sowas. Damit das ein bisschen abwechslungsreicher wird, weil ich nehme ja sonst immer die KN, M8, A7. Aber jetzt habe ich mal zur Abwechslung die Kuda genommen. Und ihr habt gesehen, es lief wie Schmitz Katz, Alter. Die Waffe geht einfach unnommal ab. Wir haben erst mal drei Kills hintereinander, drei Tote hintereinander bekommen. Und dann haben wir nochmal alles rasiert. 47, 20, ist in Ordnung. Und ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Dann würden wir wieder selber 10.000 Likes freuen. Fragt den Rille-Peter. Kommt auf jeden Fall demnächst auch wieder. Keine Sorge, Leute. Macht's gut. Ihr seid die Besten. Vorhin kam noch GTA-San-Andreas-Ran-Nein-Notrein und Tschüss.